So liebe Trader, herzlich willkommen zu einer neuen Session in der Reihe Kryptowährungen. Und heute haben wir das spezielle Thema Day Trading Strategien für Kryptowährungen. Wir haben auch noch ein weiteres Thema, das wären dann die Swing Trading Strategien für die Kryptowährungen hier in der Reihe von Blackwell Global. Das ist aber dann eine separate Session, die wir separat gestalten. Und heute wirklich das Thema Day Trading Strategien mit Kryptowährungen. Und bevor wir beginnen, einmal ganz kurz bitte der Blick auf den Risk Disclaimer. Ich würde Sie gerne bitten, den durchzulesen. Devisenhandel sowie Handel mit Differenzkontrakten, CFDs stellen gehebelte Anlageformen dar. Es besteht dabei die Gefahr, dass Sie Ihr vollständige Einlage sowie ein Großteil Ihrer angelegten Gelder verlieren. Denn der Handel mit gehebelten Finanzprodukten beinhaltet ein hohes Risiko und ist daher nicht für alle Investoren geeignet. Bedenken Sie also sorgfältig Ihre persönlichen Anlageziele, Ihre Sachkenntnis, Ihre finanziellen Mittel, Ihre Risikobereitschaft sowie andere maßgeblichen Umstände, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Sie sollten diesen Risikohinweis vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie Ihre erste Transaktion mit Blackwell Global Investments UK Limited vornehmen. Und dann können wir auch schon beginnen. Wir haben ja gesagt, Day Trading Strategien, das soll heute das Thema sein. Aber was wir noch in dieser Serie besprechen, das ist generell das Thema ganz kurz Kryptowährungen. Denn viele Leute sind ja schon sehr erfahren im Trading, was die Währungen angeht und arbeiten sich gerade in den Bereich der Kryptowährungen ein. Jedoch haben wir auch Trader, die ganz neu auf dem Gebiet der Kryptowährungen sind. Und dass Sie auch noch einen kleinen Überblick bekommen, worum geht es eigentlich, diesen ganz kleinen kurzen Ausblick. Ja, bevor wir dann zum wichtigen Teil der Strategie dann kommen. Daneben wird es auch, ich habe es schon angedeutet, ein weiteres Video geben über die Swing Trading Strategien. Also wenn ich etwas länger im Markt investiert bleiben möchte, dann ist das nächste Video etwas für Sie. Schauen Sie da mal dann rein. Heute, wie gesagt, Trading Strategien für den Tag, für das Day Trading. Ich gehe morgens rein und dann gleich mal schauen, ob man die Position nicht schließen kann. Das war eine Strategie, die für die Morgensession geeignet ist. Und dann haben wir noch eine andere Strategie ausgearbeitet, die ich jederzeit anwenden kann. Doch, Kryptowährungen, wo geht es eigentlich? Für diejenigen, die ganz neu im Thema Krypto sind, warum sollte ich mich denn damit beschäftigen? Warum sind Kryptowährungen in letzter Zeit so gefragt? Und ja, denken Sie einfach mal in den Kategorien, was denn unser Leben die letzten Jahre beeinflusst hat. Und was das Ausschlaggebende war, was die Welt so verändert hat. Und das ist eigentlich der Punkt, dass wir digital geworden sind. Mittlerweile leben wir Menschen, das digitale Leben. Und wir sind es so gewohnt, dass für uns keine Neuerung mehr ist. Wir schreiben Briefe in elektronischer Form, das heißt E-Mails. Wir lesen Bücher am Computer oder auf dem Tablet. Wir laden uns die herunter. Genauso machen wir es mit der Musik oder den Filmen. Diese schauen wir online an oder laden uns die Musik aus dem Internet herunter. Wir haben fast jeder bei uns eine digitale Kamera. Da können wir Fotos machen, da können wir filmen und so weiter. Viele, viele Dinge mehr. Die digitalen Dinge bestimmen unser Leben momentan. Ja, und es ist für uns schon ganz normal geworden. Warum sollte es dann keine digitale Währung geben? Mittlerweile sind wir technologisch in der Lage, so etwas zu bereiten. Und es gibt die nötige Infrastruktur, um dieses System voranzutreiben. Doch worum geht es eigentlich genau dabei bei einer digitalen Währung? Was es so aufregend macht? Und warum ist der Reiz für viele bei dieser neuen Währung? Und da liegt zum großen Teil das Geheimnis in der Verschlüsselungstechnik. Digitale Währungen nutzen sogenannte Encryption-Techniken, also Verschlüsselungstechniken, um einmal die Erzeugung von Währungseinheiten zu regeln, beziehungsweise diese überhaupt zu generieren, und dann die Geldtransfers zu überwachen, beziehungsweise die auch so zu verschlüsseln, dass man eben nicht mitbekommt, wer jetzt diese Transaktion gemacht hat. Und daher spielen eben für die Kryptowährungen die Zentralbanken keine große Rolle mehr. Man versucht, den Weg direkt zu machen und eben solche Einheiten wie die Zentralbanken herauszulassen. Und das ist sicherlich mit einer der Hauptgründe für die Beliebtheit der sogenannten Kryptowährungen. Diese Unternehmen, die die Coins sozusagen generieren, oder diese Coins herstellen können und die Technologie dazu anbieten können, das sind diese Goldrauschunternehmen unseres Jahrhunderts, würde ich fast sagen. Denn das, was früher im alten Goldrausch war, in den alten Zeiten, das haben wir jetzt heute wieder. Wir haben eine neue Anlageklasse geschaffen, in die wir als Anleger investieren können. Und deswegen ist an den Märkten so eine gewisse, wir haben es letztes Jahr gesehen, eine gewisse Goldgräberstimmung ausgebrochen. Und der wichtigste Vertreter in den letzten, ja, eineinhalb Jahren, das war eben nun mal der Bitcoin. Der Bitcoin war in aller Munde. Jeder hat über den Bitcoin gesprochen und auch Leute, die sonst mit der Börse und so weiter nichts zu tun haben, die haben wenigstens über den Bitcoin Bescheid gewusst, dass da etwas Neues gab. Vielleicht haben sie auch nicht das ganze Konzept, das dahinter stand, verstanden. Aber zumindest der Bitcoin war Gesprächsstoff. Und das ist doch schon mal was ganz Interessantes. Und ja, es geht dabei um die Technologien, um die Blockchain-Technologien. Aber das Interessante daran ist eben, dass dieses ganze Konzept nicht nur auf den Bitcoin zugeschnitten ist, sondern die Technologie ist offen, die ist weit offen und es muss eben nicht immer der Bitcoin sein, der damit gehandelt wird. Sie sehen es rechts, wir haben ein paar andere Währungen hier noch angezeigt. Und das Universum ist groß, was es da alles zu handeln gibt. Aber nichtsdestotrotz, die Zahl der Bitcoin-Nutzer ist dramatisch gestiegen. Wir haben 10 Millionen im November 2016 gehabt und dann schon im November 2017, ein Jahr später, 18 Millionen Nutzer. Und das hat natürlich den Wert der Software dessen, was dahinter steht, dramatisch erhöht. Und ja, es gibt noch sogenannte Altcoins, das ist hergeleitet von Alternative Coins. Und da gibt es eben einige der bekanntesten oder bekannteren, das ist das Ethereum, der Litecoin, der Ripple, der Dash und noch viele weitere. Und viele davon können Sie auch hier bei Blackwell Global handeln. Die Frage ist, haben denn die Blockchain und die digitalen Währungen eine glänzende Zukunft? Und das ist, denke ich mal, etwas eine Entwicklung, die jetzt in die Wege geleitet wurde und die eben nicht mehr aufzuhalten ist. Ich denke, die Anlageklasse der Blockchain und der digitalen Währungen, die wird uns erhalten bleiben. Die Frage, die einzige Frage, die sich eben stellt, welche der großen Währungen wird sich auf Dauer durchsetzen können? Aber das ist eben das, was es für uns als Trader interessant macht. Denn als Trader sind wir immer wieder auf der Suche nach Chancen. Und ja, hier ist gerade ein neues Anlagesegment am Werden und am Entstehen und am Sich-Durchsetzen. Und an dieser Entwicklung kann man eben jetzt als Trader teilhaben. Und wir können das Ganze, wie wir uns hier auf oder wie wir uns hier engagieren können, eigentlich auf zwei einfache Ideen aufschlüfeln, das runterbrechen. Und zwar können wir sagen, dass wir einmal in die Kryptowährungen investieren können. Das heißt, wenn wir einen längeren Anlagehorizont haben. Oder wir können das Ganze traden. Das heißt, wir können kurzfristig in diesen Markt einsteigen und dort unsere Chancen suchen. Und jetzt auch noch mal für die Trader, die etwas neuer in der Thematik sind, lassen Sie uns da noch mal einen kurzen Blick drauf werfen, was denn die beiden Möglichkeiten hier ausmacht. Investieren in Krypto. Man nennt sie auch im Fachjargon die HODLers. Das heißt, das sind Investoren und die halten die Positionen sehr lange oder über einen längeren Zeitraum. Und dann hat sich eben dieser Begriff in der Krypto-Community durchgesetzt. Das sind eben Anleger, die nach neuen ICOs suchen, um als Erster bei einem neuen Projekt dabei zu sein. ICO steht in diesem Fall für Initial Coin Offering. Das heißt, das ist die Möglichkeit, diese Tokens für Projekte im Blockchain-System zu erwerben. Und das kann sehr, sehr aufregend sein, da man eben im Vorfeld nicht weiß, welche der neuen Währungen, die jetzt da entstehen, das Rennen machen wird und welche sich durchsetzen wird. Ich sage, das kann aufregend sein. Es kann auf der einen Seite sehr lukrativ sein, kann aber auch schief gehen, wenn es jetzt diese Währung nicht durchsetzt. Und deswegen ist auch gerade bei Investoren das Investment jetzt nicht nur auf der Seite der ICOs, sondern eben auch in den sogenannten Alternativmünzen sehr beliebt. Denn der Bitcoin, der gilt mittlerweile als sehr teuer und deswegen sucht man nach sogenannten Alternativen, in die man günstiger einsteigen kann und dort eben auf den gleichen Wertzuwachs hofft. Und über das ganze Thema, welche Münzen es noch gibt, welche Möglichkeiten es gibt, wo der Unterschied liegt, da gibt es verschiedene Vorträge hier in dieser Serie. Und schauen Sie sich einfach mal, klicken Sie sich einfach mal durch. Das gibt Ihnen einen sehr guten Überblick, was für Möglichkeiten Ihnen denn offen stehen. Ja, und was suchen wir denn, wenn wir investieren, wenn wir das jetzt mal mit dem sogenannten Old World Investing, also wie wir es die ganze Zeit betrieben haben, vergleichen, dann suchen die Marktteilnehmer doch immer Wachstumsmärkte und investieren, ja, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, in Aktien, sodass sich das Investment mit der Zeit bezahlt macht. Das ist eben das, was ich suche. Ich investiere als werteorientierter Investor, mir ein Unternehmen raus, investiere und warte auf einen langsamen Anstieg. Die Hotlers dagegen, die setzen auf eine hohe Volatilität und das haben wir gerade im Kryptomarkt in den letzten Monaten gesehen. Gerade das letzte Quartal im 2007 war ja sehr, sehr aufregend, zum Beispiel für den Bitcoin. Vergleichen wir das doch mit dem Sport. Ich denke, wer sich im US-amerikanischen Sport ein bisschen auskennt, vergleichen wir es mit den Baseballspielern, die auf einen Home Run hoffen und dabei ihre vielen Strikeouts, die sie produziert haben, vergessen. Das eine große Ziel ist es eben, den Home Run zu schlagen und darauf hoffen sie. Und genauso kann man das eben vergleichen, wenn ich auf eine neue, auf so ein neues ICO spekuliere. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird, aber ich habe eben die Hoffnung, mit meinem Investment hier den großen neuen Clou gelandet zu haben. Und da haben wir dann eben auf der anderen Seite jetzt, da geht es nicht darum, etwas zu kaufen und lange investiert zu bleiben, sondern es geht darum zu traden, eben, dass ich über einen kürzeren Zeitraum investiert bin, dass ich am gleichen Tag meine Position vielleicht noch schieße oder die Position über ein, zwei, drei Tage oder ein, zwei Wochen halte, aber dann wieder aus dem Markt rausgehe, dass ich eben sogenannte kleine Swings mitnehme und diese kleinen Swings reite. Und ja, da kommen wir dann eben auf das Thema, was wir eben im traditionellen Trading suchen. Da können wir das übersetzen, das wäre so eine sogenannte Momentum-Strategie. Ich suche Momentum an den Märkten, dass ich eben ein bisschen die Welle, die sich gerade aufgetan hat, reiten kann. Ja, und die Hoffnung liegt eben dabei, den Ausbruch zu treten, einen Ausbruch zu erwischen und hier in diesem Ausbruch meinen Einstieg in den Markt zu bekommen und den zu finden und dann eben das nächste bis zum ATH, dem sogenannten nächsten All-Time-High reiten kann. Das heißt, ich versuche immer wieder vom neuen Hoch zum neuen Hoch die Wellen mitzunehmen. Und das ist sehr, sehr interessant, denn wenn eine solche Strategie funktioniert, dann funktioniert sie meistens sehr, sehr gut. Und ja, manchmal kann es eben aber auch sein, wenn die Volatilität eben sehr, sehr hoch ist, dass das Ganze mehr wie so eine Achterbahnfahrt ist. Das beste Beispiel war eben, denke ich mal, das erste Quartal, das wir jetzt hier in 2018 im Bitcoin gesehen haben. Aber die Möglichkeit, jetzt nochmal zum Vergleich zum langfristigen Investieren in den Kryptos, da bieten uns eben diese andere Art, wie ich Kryptos handeln kann, über jetzt zum Beispiel den CFD-Handel, wie ich das hier bei Blackwell machen kann, das Ganze eine neue Möglichkeit, mich kurzfristig und einfach in die Märkte zu engagieren. Was dabei viele überrascht ist, dass die technische Analyse in diesen Märkten eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat bisher. Und das geben die altbekannten Dinge, die ihr aus der klassischen technischen Analyse kenne, auf diese Märkte hier anwenden kann. Und die hohe Volatilität, ich habe es schon angesprochen, die kann auf der einen Seite etwas nerven, auf der anderen Seite ist es eben aber auch wieder eine Chance, neu in den Markt einzusteigen. Und ich kenne viele Trader, die auf sehr volatile Märkte sich eingefunden haben und dort ihre Möglichkeit des Tradens entdeckt zu haben. Und die finden das sehr, sehr spannend. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an, Trading mit Kryptos, was hat bisher gut funktioniert? Ich habe es eben schon mal gesagt, die simple, die ganz einfache technische Analyse funktioniert eigentlich bisher relativ gut, dass ich mir eben angeschaut habe, wo sind Strukturlevels, wo ist also ein Support- und Resistance-Level im Markt, wo liegt eben der Angebot und Nachfrage oder wo sind eben diese Order-Blocks. Die Big Grounds, die sogenannten psychologischen Zahlen oder die runden Zahlen auch, die waren auch sehr, sehr beliebt für Kursziele oder eben Einstiegsmöglichkeiten. Und wenn ich das beherzige, dass ich eben eine technische Analyse mache, damit erst eine grundlegend fundierte technische Analyse mache, dann Support-Resistance achte, dass ich eben mal drauf schaue, Angebot und Nachfrage, wo geht es hin, wo liegen die runden Zahlen, wo liegen eventuell psychologische Marken. Dann fehlt mir eigentlich nur noch ein einfacher Trigger, um in den Markt einzusteigen. Und jetzt haben wir hier einfach mal einen normalen Bitcoin gegen den US-Dollar-Chart hier angeworfen und mit ein paar einfachen Strukturlevels, also Support und Resistance, hier eingezeichnet, die Linien. Und Sie sehen, das funktioniert hier in diesem Fall auch sehr gut. Die klassische technische Analyse, wie ich sie eben aus den anderen Märkten, den Währungsmärkten, den Indizes oder auch den Aktien kenne. Und ganz, ganz oft liegen solche Levels eben zusammen mit runden Zahlen. Ob das jetzt knallrunde Zahlen sind, wie hier in diesem Fall die 10.000, das war hier ein sehr, sehr starkes Level. Oder eben etwas unrunder hier die 13.000, die 17.000. Wir sehen, solche runden Zahlen und solche Strukturlevels fallen sehr, sehr häufig zusammen. Das ist jetzt nochmal der Chart Bitcoin gegen US-Dollar. Und dann sehen wir eben, wie der Markt von hier unten, von den 7.000 hochsteigt, eine schöne kleine Bewegung zeigt. Das ist jetzt gerade ganz, ganz aktuell aus dem April, Mai, Ende April, Anfang Mai hier sehen wir, wir lösen uns von den 7.000, steigen hoch und gehen eben hoch zum nächsten Strukturlevel, das eben in diesem Fall dann eben auch mit der runden Zahl, mit den 10.000 zusammenfällt. Das heißt, da habe ich dann eben schon, wenn ich merke, ich löse mich von einem solchen Strukturbereich und gehe eben nach oben die Möglichkeit, einen schönen Trade zu machen und habe dann eben schon hier an dieser Stelle ein Kursziel, das ich eventuell eingeben kann. Das nächste, was wir hier haben, das ist jetzt ein Chart aus dem Ethereum und hier sehen wir genau das Gleiche. Wir sind hier Ende April, wir haben hier das Strukturlevel oder das, Entschuldigung, wir haben hier das Preislevel von 400. Wir haben es dann geschafft, uns Ende April hier davon abzustoßen und als nächstes, was wird angesteuert? Wir haben hier wieder das Strukturlevel, wir sehen es hier einmal angesteuert, mit dem Spike nach unten hier angesteuert, hier kurz durchstoßen, wieder zurückerobert. Auf jeden Fall die 800. Das heißt, solche Strukturlevels, wie wir sie aus der klassischen technischen Analyse kennen, funktionieren hier auch in diesem Markt. Und damit kommen wir schon zur ersten Strategie. Die Strategie, wir nennen sie einfach mal Strategie Nummer 1, die Bitcoin Pop Strategie. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen, ja, das ist eine Breakout-Strategie im 5-Minuten-Chart und sie basiert eben darauf, dass jeden Tag um 7 Uhr am Morgen in der Greenwich Mean Time, das heißt Londoner Zeit, der Markt im Bitcoin entweder fällt oder stark oder steigt und das Ganze eben mit einer sehr heftigen oder mit einer starken Bewegung, darauf basiert das ganze Prinzip. Und dann schauen wir uns das mal an. Die roten Pfeilchen, einmal hier an dieser Stelle und einmal hier an dieser Stelle, ist eben 7 Uhr Londoner Zeit. Und wir sehen, danach haben wir eine Bewegung. Die Frage, die sich da stellt, ist eben einfach nur, passiert, gibt es eine scharfe Bewegung, kommt danach eine scharfe Bewegung oder eben nicht. Und hier wissen wir nicht, wie es ausgeht, aber, ja, das ist jetzt mal ein Chart, wie Sie ihn in Ihrer Blackwell Medatrader 4 Plattform sehen können. Die roten Pfeilchen, eben die 7 Uhr Zone Londoner Zeit. Damit, dass das, was wir gesagt haben, ist eine Breakout-Strategie, 5-Minuten-Chart, jeden Tag um 7 Uhr fällt oder steigt der Preis. Das ist die Annahme, die wir haben. Tritt natürlich nicht immer ein, aber das ist die Annahme, mit der wir uns diese Strategie bauen. Und indem Sie einen Buy-Stop oder Sell-Stop platzieren, können Sie von diesem Breakout profitieren. Aber, jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir denn da vor? Und dazu hat Blackwell uns ein oder zwei Indikatoren mit an die Hand gegeben, mit denen wir die Märkte etwas besser analysieren können. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt diese zwei neuen Blackwell Global Indicators, die uns helfen. Das ist einmal der Crypto-Sniper und einmal der McGinley Dynamic. Das ist auch ein Indikator und die schauen wir uns jetzt mal beide an. Bei dem ersten Indikator wird ein Bereich im Chart festgelegt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Er zeigt uns einfach diese 7 Uhr Zeitspanne aus der 7 Uhr Zeitspanne Londoner Zeit an. Und Er zeigt uns ein Raster auf über die vergangene Bewegung des Marktes. Was hat der Markt in der letzten Session gemacht? Wie weit ist er gewandert? Wie stark ist er gewandert? Wie groß war die Bewegung? Und der Indikator wird also dazu verwendet, um die prozentuale Bewegung der vergangenen Sitzung zu berechnen. Und anschließend können die maximalen bzw. die minimalen Preisniveaus anhand des Indikators angezeigt werden. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, sieht aber ganz einfach aus. Wir sehen jetzt hier 7 Uhr Londoner Zeit. Das gleiche ist 7 Uhr Londoner Zeit. Und dann sehen wir eben die Zeit bzw. die Preisspanne der letzten Session, die eben gemacht wurde. Und damit habe ich eben Anhaltspunkte, wie ich denn eben mein Chart bzw. mein Trade gestalten kann. Wir haben hier einen Bitcoin-Chart im 5-Minuten-Chart. Der Crypto-Sniper ist hier eingezeichnet. 7 Uhr am Morgen, den Tag zuvor die Handelsspanne eben ausgemessen. Und der Indikator zeichnet die Range ein, damit man sehen kann, was in der vergangenen Periode geschehen ist. Der Markt bewegt sich um 7 Uhr um die Range herum. Das sehen wir hier oben. Wir sind hier in dieser Range, hier oben, bevor er dann erst wirklich fällt. Das ist dann das, was passiert ist. Aber wir sehen anfänglich 7 Uhr kurze Bewegung nach unten. Wir gehen dann in eine Seitwärtsbewegung rein, um dann eben die Dynamik weiterzusetzen, fortzusetzen. Und was eben noch ganz, ganz schön ist bei diesem Indikator, dass er auch einen prozentualen Wert, den kriege ich hier oben angezeigt, einen prozentualen Wert anzeigt. Dieser hilft uns, einzuschätzen, wie groß und wie stark denn eben die Bewegung der vergangenen Session war. Hier kann man Einschätzungen über das Momentum des Trades treffen. Wird der Trade eventuell wieder in sein Momentum eintreten? Wird er dieses fortsetzen? Und da habe ich dann eben hierbei einen schönen Richtwert, nach dem ich mich richten kann. Dann haben wir den zweiten Indikator, der hier ins Spiel kommt. Der McGinley Dynamic. Entwickelt von John McGinley um 1990 herum. Und ja, es ist eine Art von gleitendem Durchschnitt, also Moving Averages. Das Momentum des Marktes ist nicht konstant. Das legt er darunter und deswegen hat er seinen Indikator dementsprechend angepasst. Er sagt nämlich, dass das Momentum des Marktes sich dadurch ändert, dass einmal der Markt beschleunigt, das heißt wir haben schnelle Bewegungen im Markt, und einmal verlangsamen sich das Momentum, das heißt wir haben eine abschwächende Bewegung. Und traditionelle gleitende Durchschnitte können das eben nicht berücksichtigen. Das heißt, die spezifischen Eigenschaften eines schnellen oder eines sich verlangsamenden Marktes werden, was wir ja alle wissen, mit den normalen gleitenden Durchschnitten nicht abgebildet. Und der McGinley Dynamic soll dieses Problem lösen. Die Formel passt sich nämlich automatisch an die Geschwindigkeit des Marktes an. Und so sieht das eben aus. Er sieht aus wie ein normaler gleitender Durchschnitt hier an dieser Stelle. Aber, wie wir eben sehen, hier an dieser Stelle, er passt sich der Geschwindigkeit des Marktes an. Er berücksichtigt die Geschwindigkeit des Marktes. Und das gibt uns eben auch Anhaltspunkte darüber, über die Richtung des Marktes und wie die Dynamik sich am Markt verhält. Ich habe dynamischen Support, ich habe dynamischen Resistance, also dynamische Unterstützung, dynamische Widerstandslinien. Und ganz, ganz wichtig ist eben die Information, ob ein Markt anzieht oder ob ein Markt sich verlangsamt. Und dazu kann man den Indikator eben sehr, sehr schön verwenden. Und dann wird das eben in dieser Bitcoin-Pop-Strategie zusammengeführt alles. Wir nutzen den Crypto-Sniper und den Crypto-McGinley-Indikator, um einen Tradingplan zu erstellen. Ausgangspunkt ist unsere 7 Uhr Londoner Zeit am Morgen. Und da versuchen wir eben die Range zu ermitteln, was ist passiert in der letzten Session. Und die Richtung der letzten 24 Stunden auf den Bitcoin gegen den US-Dollar zu ermitteln. Und wir können eine starke Bewegung erkennen. Wir haben ja die Prozentangaben an dem Indikator. Und der McGinley gibt uns die Richtung des Ausbruchs vor. Und dann handeln Sie den Breakout mit dem Stop über dem letzten Swing-Punkt. Da müssen Sie aber beachten, dass Sie eben der Stop, der ist jetzt dynamisch weg. Der richtet sich nach dem letzten Swing-High oder letzten Swing-Low. Und da müssen Sie eben aufpassen, dass Sie Ihre Stop-Größe bzw. Ihre Positionsgröße dem Stop anpassen, den Sie eben so ermitteln. Und dann würde das eben im Chart so aussehen. Ja, das ist eben diese Situation, die viele Trader suchen. Die Trader suchen die Dynamik im Markt. Und wir können eben hier sehen, das ist unsere 7 Uhr Kerze. Wir haben eben hier durch den McGinley den Abwärtstrend. Und wir hoffen, dass der Markt wieder in seine Dynamik hineinkommt, in sein Momentum nach unten hineinkommt. Der Stop liegt über dem letzten Swing-High bzw. Swing-Low. Wenn wir das jetzt sagen, dann haben wir hier einen Hochpunkt. Wir haben hier einen Tiefpunkt. Wir haben hier einen tieferen Hochpunkt. Und hier einen tieferen Tiefpunkt. Das heißt, wir müssen einen Stop hier irgendwo an dieser Stelle platzieren und könnten dann hier in die Dynamik des Marktes weiter nach unten einsteigen. Und das ist eigentlich eine schöne, spannende Methode, um relativ früh, das ist ja 7 Uhr morgens Londoner Zeit, einen ersten Trade am Tag hier zum Laufen zu bekommen. Die zweite Strategie, das ist eine Co-Integration-Strategie. Das heißt, wir nehmen uns den Bitcoin-US-Dollar zu Litecoin-US-Dollar. Und da versuchen wir uns jetzt mal eine Strategie rauszubasteln. Wer den Unterschied zwischen Bitcoin und Litecoin noch mal wissen möchte, schauen Sie sich mal durch die anderen Sessions in dieser Serie durch. Da wird noch mal genau erklärt, wo denn jetzt die einzelnen Vorteile zwischen Bitcoin, zwischen Litecoin und den anderen Währungen liegen. Auf jeden Fall, zugrunde liegt eben Bitcoin gegen US-Dollar und Litecoin gegen US-Dollar. Wir schauen uns einen 60-Minuten-Chart an. Und das sind die beiden Währungen, die Sie eben bei Blackwell Global handeln können. Und diese beiden Währungen sind eben hoch co-integriert. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet dieses co-integriert denn überhaupt? Und auch dazu gibt es ein schönes Webinar, das eben den Unterschied zwischen co-integriert ein bisschen erläutert, das in Bezug zur Korrelation setzt. Und schauen Sie einfach mal nach im Archiv. Dort gibt es dieses Webinar. Da können Sie noch mal anschauen, was das genau bedeutet. Für diejenigen, die es nicht mehr genau wissen, co-integriert, wie kann ich mir das vorstellen? Co-Integration stellen Sie sich so vor, als würden Sie mit mehreren Hunden spazieren gehen. Und die Hunde bewegen sich immer in diese Richtung, wo sich die Bezugsperson hin bewegt. Da gehen auch alle anderen Hunde hin. Und schert ein Hund aus dieser Reihe einmal kurzfristig aus, dann kehrt er doch immer wieder in seinen Platz im Rudel zurück. Und dieses Auseinanderdriften und wieder zusammenkommen, das ist eben dieses Prinzip von dem Co-Integration. Und dieses Prinzip, das können wir uns auch beim Trading zunutze machen. Das heißt, normalerweise läuft alles parallel. Wenn wir mal ein Ausscheren bekommen, dann strebt der Markt wieder dazu oder die beiden vergleichenden Märkte wieder dazu, eine Richtung zu finden. Und dieses Prinzip machen wir uns zunutze. Und zwar, wir haben schon gesagt, es ist der Bitcoin zum Litecoin, beides mal gegen den US-Dollar. Ein 30- oder ein 60-Minuten-Chart, bevorzugt der 60-Minuten-Chart. Und da gibt es auch einen weiteren Indikator, den wir hier verwenden können, den Crypto-Compare-Indikator. Das ist ein Indikator, der den RSI von drei Instrumenten vergleichen kann und eine Beziehung zwischen den einzelnen Werten herstellen kann. Und da die Richtung anzeigen. Und klingt jetzt alles ganz kompliziert, ist es aber nicht. Ich habe es jetzt hier mal eingezeichnet. Und wir haben hier oben den Bitcoin gegen den US-Dollar im 1-Stunden-Chart. Und dann haben wir eben nochmal hier unten den Bitcoin und einmal den Litecoin, beides mal gegen den US-Dollar. Und was wir dann eben suchen, das sind Ausbuchtungen. Das sind eben diese Ausbuchtungen hier an dieser Stelle. Und Sie sehen es, normalerweise laufen die Märkte zusammen. Und dann kommt es eben zu solchen Ausbuchtungen. Und das ist eben diese Stelle, die wir suchen. Dann haben wir hier an dieser Stelle eine etwas größere Ausbuchtung. Und das kann uns eben einen Einstieg in die Märkte gewähren. Und die Strategie ist eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, Bitcoin gegen US-Dollar zu Litecoin gegen US-Dollar in dieser Strategie gegenübergestellt. 30 bis 60 Minuten Chart, bevorzugt der 60 Minuten Chart. Und wenn wir eine, ja, ich habe es Ihnen eben gezeigt, so eine Ausbuchtung im Krypto-Compare-Indikator sehen, dann verwenden wir eine einfache Handelsidee. Das heißt, wir kaufen das untere Instrument und verkaufen das obere Instrument. Und aufgrund der Co-Integration erwarten wir, dass die Instrumente zu ihrem Mittelwert zurückkehren. Und das ist eben die Grundidee dieses Trades. Das ist ein ganz einfacher Trade, aber anhand des Indikators kann das eine schöne Idee sein, die man eben auch über den ganzen Tag hinweg verfolgen kann. Und jetzt sind wir auch schon am Ende. Lassen wir mich ganz kurz zusammenfassen, dass das Spannende an den Kryptowährungen beziehungsweise an den digitalen, am digitalen Cash ist eben, dass es eine aufkommende neue Technologie wird. die aus meiner Sicht in naher Zukunft großen Einfluss haben wird. Und wir haben jetzt hier ein neues Segment, ein neues Anlagesegment, in dem man eben jetzt schon partizipieren kann und eben dabei ist. Es wird zweifellos Perioden geben, an denen das Segment, das komplette Segment eben nicht so toll performt. Aber auch das ist ja eine schöne Möglichkeit, denn ich habe ja durch das Handeln mit den CFDs eben nicht nur die Möglichkeit, auf Long-Only zu setzen, sondern ich kann eben auch an Short-Perioden partizipieren. Und das ist eben das, was ich als Trader suche. Ich suche Märkte, die eine hohe Volatilität haben, wo ich dann eben auch Long- und Short-Positionen eingehen kann. Das sind eben die Chancen, die ich als Trader suche und Chancen, die sich eben in diesem Markt momentan ergeben. Bisher hat die technische Analyse bei den Cryptocurrencies relativ gut funktioniert. Die eine Strategie, die wir gezeigt haben, die sucht nach Ausbrüchen am frühen Morgen gleich zu Beginn der Session. Und das war bisher eigentlich eine relativ schöne Strategie. Und mit der anderen Strategie, die wir gezeigt haben, da habe ich den über den ganzen Tag über die Möglichkeit, in die Märkte einzusteigen. Das war es soweit zum Thema Intraday-Strategien beim Thema Krypto. Und schauen Sie noch rein bei den anderen Themen dieser Session beziehungsweise dieser Themenreihe Krypto. Da können Sie sich informieren über die Sicherheit in Krypto, über die einzelnen Möglichkeiten des Handelns, über die Margin-Anforderungen, die es da gibt und so weiter.